Das riecht wirklich heftig, ne? Lass mich noch mal riechen. Boah, das geht ja richtig. Das ist ja so wie im Zoo, ne? Wenn die Tiere da... Ja, aber ja. Hast du guter Taten. Ja. Ja, er hat mich damals auf einen Artikel auf bild.de gefunden von mir, wo ich halt Kim Klaus produziert hatte. Und dann hat er mich anrufen. Und eigentlich wollte ich ihn aber auch anrufen, weil ich ihn entdeckt hatte. Weil ich hatte alle Presseberichte nachgeguckt. Jetzt ist es soweit. Ich bin ein Zombie. Ich wurde jetzt heute als Zombie geschminkt. Wie geht das für dich? Ja, ich glaube, ich habe Sonnenbrand, ne? Sieht so ein bisschen aus wie Sonnenbrand. Ich finde es sehr gut. Ich finde die Idee ganz toll. Und ja, alles sehr sympathisch hier. Ich bin hier sehr höftig aufgenommen worden. Habe gleich ein Cappuccino bekommen. Und dein Hund ist so toll. Und ja. Jetzt geht es bald los mit Thriller, ne? Mit Thriller 2. Also, ihr werdet richtig schreckliche Sachen dort sehen. Richtig abgefahrene, richtig gruselige, gruselige Szenen. Und es war toll. Das Schminken war toll. Die Visagistin hat es richtig toll gemacht, finde ich. Und jetzt schließt du den Mund. Und dann beißt du jetzt gleich drauf. Und dann... Vorne mit dem Schneide-Zahn? Ja, am besten vorne mit dem Schneide-Zahn. Die Vorfreude aufs Musikvideo ist gigantisch. Also, ich bin jetzt richtig in der Materie drin, so richtig loslegen zu wollen. Und ich freue mich riesig, weil das ist so ein tolles Gefühl, da zu sitzen. Okay, also, da kitzelt das mal. Und dann ist es auch, wenn sie mit dem Pinsel, mit diesem Kajah-Liner oder wenn sie da reingeht, so auf die Schleimhaut, dann ist es natürlich auch heftig. Dann werden die Augen rot. Aber es ist wie Hollywood, Leute. Es ist genial. Es ist richtig schrecklich. Es wird richtig gruselig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.